Emily, hier ist dein Lieblingsspielzeug. Hm, nein. Hm, willst du vielleicht hier mitspielen? Das macht Spaß. Hm, nein. Nein. Willst du im Sandkasten spielen vielleicht? Hm, nein. Emily, wieso weinst du denn? Spielzeug, Spielzeug. Spielzeug? Aber das liegt doch hier überall rum. Guck mal, hier ist Pfeffer, hier hast du das. Mit was möchtest du denn spielen? Hm, neu. Na gut, ich habe eigentlich ein Spielzeug von dir, was wir noch nicht ausgepackt haben. Das kommt erstmal alles weg. Jetzt können wir im Supermarkt spielen. Na, wie gefällt dir das, Emily? Oh, ja, ja. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Oh, oh. Zuerst brauchen wir einige Produkte. Oh, wie viele verschiedene Sachen wir hier haben. Jetzt können wir anfangen. Schaut mal, hier haben wir Bananen. Die kommen hier hin. Zucker. Hier haben wir Milch und Butter. Die müssen in den Kühlschrank. Es muss immer kühl bleiben. Oh, und hier sind Nudeln. Die kommen zu dem Zucker. Rosinen kommen auch hier rein. Ketchup, Ketchup. Prima, Emily. Ketchup kommt hier unten hin. Und hier haben wir nochmal. Der Donut kommt hier hin. Dann haben wir hier noch ein Fertiggericht. Das kommt hier unten hin. Und die Marmelade dürfen wir nicht vergessen. Richtig, Tichilov. Die kommt hier unten hin. Und den Einkaufskorb dürfen wir nicht vergessen. Emily, Tichilov. Und, wollt ihr was einkaufen? Ja, ich möchte Rosinen. Jetzt müssen wir das Produkt scannen. Hier mit. Das macht eins. Hier habe ich eine Münze. Super, danke. Super, danke schön. Die Kasse wird aufgemacht. Und die Münze rein. Danke, Tichilov. Hier ist dein Einkauf. Bis zum nächsten Mal. Oh, das hat so Spaß gemacht. Danke. Emily, und was möchtest du einkaufen? Banane. Okay, Bananen. Und was noch? Donut. Die Bananen müssen wir wiegen. Das macht zwei Kilo. Zwei Kilo Bananen, Emily. Milch, Milch, Milch. Milch bekommst du auch. Bei der Milch immer aufpassen. Auf das Verfallsdatum gucken. Diese Milch ist gut. Möchtest du sonst noch etwas, Emily? Zucker, Zucker. Zucker bekommst du auch. Emily, das macht drei. Äh, nein. Hier, Emily. Ich habe drei. Danke. Super, das sind drei. Eins, zwei und drei. Das kommt in die Kasse. Das kommt in die Kasse. Hier, Emily. Das ist dein Einkauf. Bis zum nächsten Mal. Oh, mir gefällt das Spiel. Super. Ja, ja. Ja, das hat Spaß gemacht. Ah, aber ich brauche auch noch Produkte. Ich brauche Nudeln und Butter. Eins. Hier habe ich eine Münze. So, jetzt haben wir alle unsere Belebensmittel gekauft. Und jetzt können wir auch kochen. Vielleicht Abendessen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.